Verehrte Gläubige, dass sich an diesem Sonntag Ehejubilare vom Bischof im Dom segnen lassen, die ihre eiserne Gnaden- oder Kronjuwelenhochzeit feiern, also seit 65, 70 oder gar 75 Jahren verheiratet sind, gilt aus Altersgründen als sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie schon verheiratet sind. Die Liste mit Namen für Hochzeitstage von einem Jahr bis 75 Jahre hört sich amüsant an. Da gibt es die Blechenehochzeit für acht Jahre oder die Petersilienhochzeit für zwölfeinhalb Jahre. Wie viel dann bei der Porzellanhochzeit nach 20 Ehejahren noch heil ist, wissen nur die Betroffenen. Und das sind nur drei von insgesamt 30 Namen in der Wikipedia-Liste. Im nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia vor einem Jahr über die Liebe in den Familien spricht Papst Franziskus angesichts der vertrauten Beziehung und der gegenseitigen Zugehörigkeit der Eheleute über viele Jahrzehnte auch von der Verwandlung der Liebe. Es gilt einander immer wieder zu erwählen. Wir können einander nicht versprechen, so sagt der Papst, das ganze Leben hindurch die gleichen Gefühle zu haben. Stattdessen können wir uns verpflichten, einander zu lieben, vereint zu leben, bis der Tod entscheidet und immer in reicher Vertrautheit zu leben. Und die Liebe, die wir einander versprechen, geht über alle Emotionen, Gefühle oder Gemütsverfassungen hinaus, auch wenn sie diese einschließen kann. Die Liebe ist ein tieferes Wollen mit einer Entscheidung des Herzens, die das ganze Leben einbezieht. Und so hält man jeden Tag die Entscheidung, lebendig zu lieben und einander zu gehören. Ich gratuliere allen Ehepaaren, mit oder ohne Jubiläum, die es als Gnade ansehen, viele Jahre miteinander verbringen zu können. Ich denke aber auch an die, denen das nicht vergönnt ist, weil der Tod das Eheband zerrissen hat. Der Heilige Vater betont, dass ein verwitweter Mensch immer noch eine Aufgabe zu erfüllen hat und dass es nicht gut ist, das Leiden in die Länge ziehen zu wollen, als sei das eine Huldigung. Möge Christus, der Urheber, Gnade und Versöhnung mit Gott, wie Paulus sagt, alle reichlich segnen. Treue und Liebe in der Ehe sind ein wichtiges, aber nicht selbstverständliches Glaubenszeugnis, um das man beten muss. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag.